Ja, all das wohl kalkuliert vom neuen französischen Präsidenten, der heute einen sehr, sehr vollen Terminkalender hat. Und uns zugeschaltet ist nun Michael Grütz in Paris. Michael, fangen wir am Morgen an. Da war Angela Merkel in Paris zu Besuch. War das auch so ein symbolträchtiger Besuch, wie es sich bei Trump andeutet, oder gibt es da handfeste Ergebnisse? Nun, der deutsch-französische Ministerrat ist natürlich auch eine symbolische Veranstaltung, ganz klar. Aber sie war deutlich konkreter als das, was wir zuletzt in Brüssel erlebt haben, als Angela Merkel und Macron zum ersten Mal zu einer Pressekonferenz gemeinsam aufgetreten sind. Das war in der Tat sehr, sehr symbolisch. Da ging es um viele Gemeinsamkeiten, die man da beschreibt. Aber es war doch wenig konkret. Und heute war das schon etwas anders. Im Bereich Sicherheit und Verteidigung sind einige sehr konkrete Maßnahmen besprochen worden. Man will zusammen ein Kampfflugzeug entwickeln, auch Drohnen. Man will Kampfpanzer zusammen bestellen, also auch dieselben. Man darf das nicht unterschätzen. Das ist sehr wichtig, wenn in solchen Sicherheitsfragen Zusammenarbeit vorangetrieben wird. Das war immer doch eine sehr nationale Angelegenheit bisher und ist nicht richtig vorangekommen und hat zu großer Ineffizienz innerhalb der europäischen Armeen geführt, wo man zahllose Kampfpanzersysteme hat, im Vergleich zu den Amerikanern, die gerade mal einen haben. Also da arbeitet man zusammen. Auch die digitale Kommunikation will man so aufeinander abstimmen, dass man sich überhaupt versteht unter den Soldaten. All das geht schon relativ weit und ist sehr konkret. Beim Thema Finanzen ist man sich auch entgegengekommen. Da will man eine Bemessungsgrundlage in Sachen Steuern gemeinsam entwickeln. Das hört sich banal an, aber das ist sehr wichtig für die Zusammenarbeit. Wenn man Steuern angleichen will, muss man gucken, nicht nur wie hoch sind die, sondern welche Bemessungsgrundlagen gibt es, welche Details und so weiter. Also da ist doch einiges zustande gekommen. Wo es immerhin noch ein bisschen vage geblieben ist, ist in Sachen Europa und Eurozone. Der von Macron vorgeschlagene gemeinsame Euro-Finanzminister, den hat Angela Merkel nicht komplett ausgeschlossen. Sie hat gesagt, ja, damit kann ich leben, ich kann mir das vorstellen, ich habe da nichts gegen. Auch zu einem Eurozone-Budget, das er vorschlug, da hat sie keine Probleme mit. Aber eben alles erst nach der Wahl. Das kann man als Respekt sehen vor der Wahl, aber man kann es auch noch ein bisschen als verhaltene Zurückhaltung ansehen. Sie haben Macron erlebt, er ist ja noch neu auf der internationalen Bühne. Wie haben Sie seinen Auftritt empfunden? Macron tritt auf, freundlich, verbindlich, aber auch sehr klar in der Ansprache. Und mein Eindruck ist, dass Angela Merkel das gutiert und auch gut findet. So wie er spricht, frei, ohne irgendein Äh, ohne irgendeine Unsicherheit, das ist so klar und so genau überlegt. Das ist durchaus beeindruckend und beeindruckt auch sie. Und er hat sie scheinbar auch so ein bisschen eingefangen und dahin bewegt, dass sie tatsächlich auch Zusagen macht und ihm entgegenkommen will. Das ist in diesem Gespräch, zumindest nach meinem Eindruck, doch zu merken. Jetzt ist Trump, kommen wir zum Trump-Besuch, der ja zur Stunde sich in Paris aufhält, eingeladen zum großen Nationalfeiertag, zum 14. Juli. War das eine gute Idee von Macron? Ja, das haben sich hier in Paris auch manche gefragt. Denn Trump hat sich ja doch ziemlich abfällig über Frankreich im letzten Jahr geäußert. Paris sei nicht mehr Paris, da könne man nicht hinfahren. Außerdem hat er unverhohlen Marine Le Pen befürwortet als Präsidentin. Sie hätte er eindeutig lieber gehabt als Macron. Die Franzosen ihrerseits waren natürlich auch nicht ganz zimperlich. Der vorherige Präsident Hollande sagte noch, er bekomme Brechreiz, wenn er nur von Trump hört. Auch Macron hat eindeutig Hillary Clinton bevorzugt. Also es gab wenig Schnittmengen zwischen den beiden. Aber man muss ein bisschen in die Geschichte schauen. Schon 1778 haben die Franzosen die Amerikaner bei ihrem Unabhängigkeitskrieg unterstützt. Und vielleicht wäre die USA nicht dieses Land, was es heute ist, ohne die Unterstützung der Franzosen. Und umgekehrt sind die Amerikaner im Ersten und im Zweiten Weltkrieg hier gelandet und haben die Franzosen und die anderen Länder gegen Nazi-Deutschland unterstützt. Es gibt eine ganze Reihe sehr weitreichender, tiefgreifender Verbindungen zwischen Frankreich und den USA, die weit über eine Amtszeit von Macron oder Trump hinausgehen. Und insofern setzt Macron auf diese Geschichte auf und versucht, Trump doch mitzunehmen ein Stück weit. Denn gerade wenn man sich uneinig ist, ist es ja doch wichtiger, miteinander zu reden, als eben nicht miteinander zu reden. Und genau deshalb sagt er auch, er wundere sich darüber, dass es so viel Protest darüber gibt, dass er ihn eingeladen hat. Er denkt ein Stück weiter ganz offensichtlich und möchte Trump doch ein wenig mehr an die Seite der Europäer kriegen. Auch vor dem Hintergrund der NATO-Beschreibungen von Trump, dass er sich nicht so richtig sicher zeigt, ob er noch zur NATO so steht. All dies spielt dabei im Hintergrund eine Rolle und da kann man ihn natürlich besser mitnehmen, wenn er hier ist und man ihm zeigt, was Frankreich zu bieten hat. Und es hat einiges zu bieten, was Macron ihm heute in den paar Stunden gezeigt hat. Ja, da sind wir gespannt. Michael Gritz war das aus Paris. Herzlichen Dank.